Hallo liebe Natur- und Bienenfreunde. Ihr seht, das Bienchen sitzt hier und wir haben wieder eine smarte Sache, die ich euch heute hier vorstellen möchte. Aber dabei geht es jetzt nicht um hier ein Smartphone, denn ja, es gibt smarte Dinge auch ohne digitalen Kram. Und auch wenn ich ein großer Technikfreund bin, könnt ihr es schon erahnen, worum es vielleicht geht. Gibt es andere smarte Möglichkeiten einer Stockkartenführung? Und da sind wir nämlich beim Thema. Ihr seht es hier in XXXL und das gibt es natürlich auch in XXS Variante. Ein Pin, wo ihr Fotos mit an Wände macht, den ihr für Pin-Wände benutzt oder vielleicht auch, wie ich es mache, um an der Beute eurer Wahl die Königin-Jahresfarbe kenntlich zu machen. Und das habe ich von einem meiner Azubis mal übernommen. Eine ja auch smarte und durchaus praktische Lösung, indem ihr dann halt in den Jahresfarben entweder weiß, gelb, rot, grün, blau, die Königin von außen direkt für euch kenntlich macht. Oder sofern sie noch nicht vielleicht gekennzeichnet ist oder da sind wir dann auch schon beim Thema. Denn es geht hier um die Pin-Stockkarte. Und ja, warum smart, aber ohne digital zu sein? Weil es einfach praktisch, übersichtlich ist und alle relevanten Dinge auf einmal zeigt. Und ich erkläre euch jetzt mal so ein bisschen aus meiner Sicht, warum das wirklich praktisch ist und ja, die Vor-, vielleicht aber auch Nachteile, die es dabei gibt. Ihr alle kennt, wie affin man am Anfang ist, nutzt man hier solche Stockkarten. Und die können am Anfang abschreckend sein. Also ich halte hier bewusst zu, von wem das jetzt ist, weil das soll da keine Werbung sein. Und das ist, wenn man akribisch darauf achtet, wirklich eine sinnige Führung. Wir kommen später nochmal auf einen Punkt zu sprechen, der hier auch relevant ist, der auch bei den Pin-Stockkarten vielleicht am Anfang für Irritation sorgen kann. Aber der dann, ja, doch plausibel erscheint, warum es so ist. Wie gesagt, es wirkt hier sehr abschreckend. Und ich kenne viele, die sich selber Stockkarten machen, diese auch einlaminieren und unter dem Beutendeckel legen und sowas. Das sind alles Varianten, aber sie haben natürlich auch ihre Vorteile. Und ihr kommt natürlich nicht umhin, hier ein Bestandsbuch zu führen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber was die eigentliche Stockkartenführung, also die Übersicht über euer Volk angeht, da bin auch ich eher ein schlechtes Beispiel. Sofern es sich jetzt nicht vielleicht gerade um irgendeine Zuchtkönigin oder sowas handelt, führe ich die Völker eher von Woche zu Woche. Und ich sage ja immer, jedes Volk hat auch so seinen eigenen Charakter. Deswegen haben bei mir die Beuten auch Namen. Somit kann ich sagen, ich kann jedes Volk so ein bisschen nochmal individueller einschätzen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Varianten. Wie gesagt, die Stockkarte, einlaminierte Varianten. Aber sie haben natürlich auch alle einen großen Nachteil. Denn man muss einen Stift dabei haben oder einen Folienschreiber, um das dann halt auf der Folie zu schreiben. Wir kennen es alle, dann schreibt der Stift gerade nicht. Oder der Folienschreiber ist ausgetrocknet und, und, und. Brauchen wir uns nicht darüber unterhalten weiter. Es ist sinnig, aber es ist halt trotzdem auch gerade im kleineren Maßstab oder wenn man nur einen aktuellen kurzen Stand haben möchte, doch etwas abschreckend. Dann gibt es natürlich auch noch die Varianten mit allen Steinen. Einem Stein, also dass man einen Stein auf der Beute sowieso hat, um einerseits den Deckel zu beschweren und andere haben dann noch einen zweiten Stein da drauf. Und dann wird da irgendwie links und rechts hingelegt und dann weiß man, wo das Brutnest hauptsächlich sitzt. Und da sind wir schon so ein bisschen grundsätzlich in der Richtung. Man versucht am Bienenvolk schnell zu zeigen, was da los ist. Aber wenn mal die Urlaubsvertretung da war, die legt einfach vielleicht den Stein wieder mittig drauf, weil sie sagt, jo, soll ja den Deckel beschweren oder legt denn sonst irgendwo hin. Und macht sich da einfach keinerlei Gedanken drüber und beim nächsten Mal steht ihr da und denkt, ja, was war denn jetzt nochmal mit dem Volk? So nach zwei Wochen Urlaub oder sowas. Daher ist das natürlich auch, also grundsätzlich kann man es machen, aber wenn dann jemand anders dran war, habt ihr da auch verloren. Und es gibt natürlich auch noch andere Varianten, auch smarte Varianten, in denen ihr dann sagt, okay, komm, ich nutze irgendeine App. Aber ja, wollt ihr mit euren, ja, verklebten Fingern oder auch mit Handschuhen euer Smartphone bedienen, sei es der Fingerabdrucksensor, die Gesichtserkennung, ganz davon ab, der Bildschirm, der nachher voll getoucht ist. Man könnte mit dem Telefon erstmal einer Grundreinigung unterziehen und das ist nicht, ja, die schönste Variante. Gerade im heutigen modernen Zeitalter, wo diese Dinger auch durchaus sehr, sehr teuer sein können, ist es da vielleicht ganz praktisch, das nicht unbedingt in so einer digitalen Form zu machen. Und auch da vergisst man das ganz schnell oder viele gehen dann auch hin und gehen dann schon vom Volk weg, machen erstmal ihre Durchsicht und gehen danach dann dran. Und auch wenn ihr nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Völker habt und macht die erstmal durch und geht danach dann an die App, dann wette ich mit euch, seid ihr zwischendurch schon am Überlegen, oh, was war bei Volk 3 jetzt nochmal. Und unter Umständen geht ihr nochmal zurück, lupft den Deckel nochmal hoch und ja, um euch da Gewissheit zu verschaffen. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt im Sinne des Erfinders und ganz davon ab, smart und schnell ist diese Lösung dann auch nicht. Trotz allem kann ich natürlich als begeisterter Technikfreund den Smartphones etwas abgewinnen. Denn ich kenne es von einigen meiner Azubis und Azubinen, die ihr Smartphone nutzen, um entweder eigene Sprachnachrichten, kleiner Insider an dieser Stelle, machen und somit sich selber aufnehmen und wichtige, relevante Sachen nochmal aufsprechen, um sich das Zuhause vielleicht nochmal in die Stockkarte oder ihren, ja, ich sage immer liebevoll Bienenalmer nach einzutragen. Was ich auch immer gerne empfehle, gerade am Anfang ist, filmt euch, schaut euch quasi mit der Kamera selber bei der Arbeit über die Schulter. Und so könnt ihr nämlich einerseits eure Arbeit ein bisschen dokumentieren und könnt im Nachgang nochmal, ohne dass ihr in irgendeiner Form emotional befangen seid, durch irgendeine Geschichte, die euch vielleicht bei dem Bienenvolk aufgefallen ist, das ganze Videomaterial nochmal sichten. Oder es vielleicht im Zweifel auch nochmal an einen Paten, eine Patin zu schicken und zu sagen, du hör mal, schau mal hier drüber, dieses und jenes, hast du vielleicht eine Idee, kannst du mir da helfen oder eine Einschätzung geben. Da ist sowas wirklich sehr sinnvoll. Gerade, wie gesagt, am Anfang, wenn man in der Mkerei ist, alleine auf einmal am Bienenvolk steht und sich bei gewissen Dingen unsicher ist, kann man, wie gesagt, im Nachgang nochmal sich das Ganze in Ruhe anschauen oder halt nochmal weitergeben, ja, sich da eine Einschätzung geben lassen. Aber ansonsten ist das Smartphone eher zum Fotos machen am Volk gedacht. Aber jetzt kommen wir hier zu unserem smarten Star, ohne digital zu sein, denn ja, die Pinstockkarte ist eine wirklich pfiffige Lösung. Und ihr bekommt zu der Pinstockkarte jeweils immer ein kleines Tütchen, da ist wirklich alles dabei, die Pins, um wirklich alles abzustecken und auch zwei Schräubchen, denn ihr habt es auch hier ganz pfiffig gemacht, zwei Markierungen, wo ihr dann halt, ja, entweder mit den beiliegenden Schrauben das an eurer Beute festschrauben könnt und da ist es egal, ob Holz oder Styropor oder ihr könnt es natürlich auch mit Nägeln machen und sagen, ich nagel meine Pinstockkarte oder am Styropor drücke ich sie dann halt fest. Na, es geht ja letztendlich nur darum, dass sie nicht weggerissen wird, aber ja, mit den Schrauben ist es schon ganz gut, da hält sie auf jeden Fall, weil wenn ihr die Pins rauszieht und umsteckt, habt ihr dann da den passenden Gegenhalt. So, und jetzt seht ihr schon, denn das ist das Pfiffige, wenn ihr mal eine Urlaubsvertretung habt oder im Krankheitsfall oder, oder, oder. Ihr braucht keinen Kugelschreiber, ihr müsst nicht aufpassen, wo eure Steine liegen, ihr müsst nicht gucken, dass ihr einen Folienschreiber dabei habt, einen normalen Kugelschreiber oder ihr irgendwie eure Karteikärtchen beschriftet oder sowas, also es sind überall so Dinge, sondern ihr habt alles direkt bei euch am Bienenvolk und das ist im Grunde genommen einerseits diese Pinstockkarte und die jeweiligen Pins und dann seht ihr schon, also ihr kommt hier natürlich auch mit den Beutennummern, also selbst das könnt ihr euch sparen, eine, ja, Nummer mit Schlagzahlen oder sowas an die Beute anzubringen, sondern das könnt ihr hier ganz pfiffig lösen, von 1 bis 99, wobei ich natürlich weiß, die allermeisten haben 30 Bienenvölker, respektive 25 oder im Mittel 70, kleiner Insider an dieser Stelle, ihr wisst, warum, also die jeweiligen Imkerinnen und Imker wissen zumindest, warum das so relevant ist, da dürft ihr euch gerne mal zu belesen. Genau, aber selbst, ja, wenn ihr mehr Völker haben solltet, kommt ihr hier bis 999 Bienenvölker aus. Die Pinstockkarte ist da eher wirklich für den Hobbyimker, die Hobbyimkerin oder, ja, uns Imkerinnen und Imker, die in einem, ja, mittleren Maßstab imkern würden, würde ich jetzt mal so behaupten. Genau, nichtsdestotrotz kann man aber auch, egal als großer Züchter oder als kleiner Hobbyimker, kleine Hobbyimkerin, mit der Pinstockkarte doch einiges ganz pfiffig und sehr übersichtlich anzeigen. Und, wie gesagt, das halt auch in der Urlaubsvertretung, weil, was machen wir Imkerinnen und Imker, zumindest die, die schon länger imkern, wir arbeiten uns im Grunde genommen von Woche zu Woche und jetzt weiß ich bei mir mit meinen Bienenvölkern mit dem Namen, okay, dieses Bienenvolk hat so grundsätzlich seinen Charakter, dann weiß ich schon bei dem Namen, okay, das ist eher ein unruhigeres Volk oder das ist eher ein ruhigeres Volk. Aber das weiß ja nicht meine Urlaubsvertretung, es sei denn, man hat wirklich viel Kontakt. Und spricht dort mal drüber. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine smarte, übersichtliche Form der Dokumentierung. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang genannt habe. Denn man könnte jetzt hier etwas irritiert sein, dass man irgendwie sagt, warum ist denn die 1 hier für gering bis fehlen und warum hat das gut hier eine 4? Das zielt wieder auf die klassische Art der Stockkartenführung, denn dort ist das System umgekehrt. Also es geht nicht wie Schuhnoten, dass man jetzt sagen würde, sehr gut ist eine 1 und gut ist eine 2, sondern da ist das System andersherum. Und das wurde hier natürlich übernommen, sodass man auch sagen kann, wenn man seine klassischen Stockkarten führt, kann man das anhand dessen übernehmen. Wir wollen ja immer eine rasche und übersichtliche Form haben, damit wir einfach den Status quo dieses Bienenvolkes sehen. Und dann geht es hier einfach. Wir sehen die Stärke von gering bis fehlend, mäßig, befriedigend oder halt gut. Also wenn ihr eine proppevolle Kiste habt, könnt ihr natürlich hier sagen, okay gut, den Wabensitz. Und das ist natürlich alles ein bisschen subjektiv auch. Man kann natürlich sich da auch intensiv mit befassen und sagen, man nimmt die wirklichen Merkmale. Aber letztendlich ist es für euch und die Imkerinnen und Imker, die euch vielleicht mal vertreten sollen, relevant, dass sie einschätzen können, wie ist es. Ich würde schon sagen, dass die allermeisten das schon gut beurteilen können, ob die Bienen jetzt wirklich sanftmütig sind, ob sie einen guten Wabensitz haben oder ob vereinzelt welche auffliegen oder ob viele auffliegen oder ob du die Kiste aufmachst. Und sie kommen dir direkt alle entgegen. Dann hat es meistens auch mit der Sanftmut nicht mehr viel am Hut. Genau, und genau so geht es auch bei der Futtermenge. Auch da könnt ihr natürlich je nach System schauen, die Speckwaben oder die Futterkränze auf den jeweiligen Rähmchen, um das zu beurteilen. Dann kommen wir hier auch wieder. Es ist eine pfiffige Sache. Ihr seht schon, dass das hier farblich hinterlegt ist. Jetzt kann man hier gleich ein wenig darüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich sofort klar erkennbar mit Ja, Nein. Haben wir Eier? Ja, Nein. Dann muss man ein bisschen vielleicht schauen. Haben wir offene Brot? Ja, Nein. Haben wir verdeckerte Brot? Ja oder Nein. Und ihr seht es grundsätzlich, wenn es grün hinterlegt ist, ist es auf jeden Fall schon mal eher positiv. Und dann haben wir hier Nachschaffungszelle oder auch die Schwarmzelle. Und hier kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob ein Nein da unbedingt immer grün sein muss. Denn ja, habt ihr einen Ableger erstellt, einen Brutwabenableger, dann ist es vielleicht da für euch eher sogar relevant zu sehen. Da ist jetzt eine Nachschaffungszelle, eine weise Zelle. Und Schwarmzellen, ja, das kann euch natürlich hilfreich sein, dass ihr sagt, okay, so wie jetzt, die Saison kommt mit der Sommersonnenwende nach und nach zum Ende runter. Es wird alles ein bisschen ruhiger. Dann weiß man natürlich, okay, die Schwarmzeit ist vorbei. Dann ist es natürlich mit grün schon richtig gekennzeichnet. Wobei ich all meinen Jungimkerinnen und Jungimkern immer wieder sage, gerade wenn ihr am Anfang meint, ihr könntet unsicher sein, macht alle weise Zellen weg. Sofern ihr nicht markant irgendwo eine, irgendwo mittig vielleicht seht, lasst diese natürlich erstmal stehen und guckt das Volk erstmal durch. Schaut, ob ihr eure Königin seht. Schaut, ob ihr Stifte respektive Eier seht. Und alles, was euch irgendwie verunsichern könnte, brecht es weg. Sofern es halt nicht irgendwie markant auf einmal an einer Wabe erstmal mittig sitzt, dann wartet erstmal, bevor es wegbrecht. Schaut, habt ihr überall noch, ja, offene Brut, habt ihr verdeckelte Brut, habt ihr Stifte und seht ihr die Königin. Sollte das nicht der Fall sein und irgendeinen Punkt davon natürlich euch zum Nachdenken bringen, dann solltet ihr diese eine markante Zelle vielleicht stehen lassen, weil dann wollen sie vielleicht umweiseln, wollen, ja, nachschaffen, sich wieder eine Königin respektive erstmal eine Prinzessin heranziehen. Dann gebt ihr dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit. Aber grundsätzlich bietet das hier einen super Einblick, um die ganze Situation einzuschätzen. Genauso auch hier beim Futter. Die Futtergabe zum Winter hin. Da empfehle ich übrigens immer hier so ein wenig seitlich das reinzudrücken, weil dann habt ihr hier die Skala frei. Weil wenn ihr hingeht und ihr drückt das hier irgendwie mittig drauf, dann, ja, verdeckt ihr euch unter Umständen die Skala, dann fangt ihr an das rauszuziehen und ihr seht es schon. Ja, macht es mehrmals, dann wisst ihr nicht mehr, wer vielleicht der Pin war, den ihr zuletzt rausgezogen habt. Deswegen ist es da ganz praktisch zu sagen, man macht es hier außen und dann habt ihr da gleich die Skala zum Ablesen. Genauso auch hier bei den entnommenen Honigwaben, damit ihr da einfach seht und wisst, okay, was habe ich da jetzt entnommen? Und hier ganz am Rand habt ihr dann halt nochmal die Jahreszahlen der Königin. Als kleine Orientierung habt ihr dann auch hier jeweils immer nochmal die Daten. Also hier könnt ihr das euch auch immer ganz gut merken. Immer mit der 1 fängt es an mit weiß, gelb, rot, grün, blau. Ihr könnt aber genauso auch sagen, okay, die Königin ist noch nicht gekennzeichnet oder war noch nicht gekennzeichnet, wie auch immer. Ihr habt sie vielleicht auch noch nicht gesehen, weil ihr vielleicht einen Schwarm gefangen habt, da erstmal schauen müsst, ob da eine gezeichnete Königin bei ist und ihr wisst vielleicht auch nicht, wie alt diese ist. Dann könnt ihr es auch hier machen. Ja, also das ist, wie gesagt, wirklich eine doch sehr, wie ich finde, smarte und übersichtliche Variante, um einen raschen Überblick über das Volk zu kriegen. Und wie gesagt, dadurch, dass es wirklich so einfach und übersichtlich gehandelt ist, kann wirklich jede Imkerin, die euch dann vertritt, rasch sehen, was los ist und kann dann anhand dessen natürlich die Pins umstecken. Und dann wisst ihr bei der nächsten Durchsicht, was ist Phase bei diesem Volk. Wenn ihr beispielsweise da wart und ihr geht hin und sagt, oh, die waren total aufbrausend, absolut nicht warmstetig, die hatten aber eine Nachschaffungszelle drin und wir wollen mal abwarten. Und beim nächsten Mal kommt ihr da hin oder eure Vertretung und sagt, ja, Nachschaffungszelle ist offen. Ich habe sogar jetzt die Königin gesehen und die sind jetzt schon viel, viel ruhiger geworden. Dann könnt ihr dementsprechend die Pins anordnen und sagen, ey, super, das Volk ist jetzt wieder richtig ruhig und sanftmütig und habt so alles auf einen Blick. Und wie gesagt, es ist natürlich nicht mit einem Pinn getan, sondern ihr habt wirklich ein ganzes Tütchen, dass ihr wirklich jedes relevante Feld belegen könnt und für jedes Feld einen Pinn habt. Sei es die Beutennummer, auch da habt ihr für jede natürlich einen Pinn, damit ihr auch sagen könnt, okay, ich habe die 110 beispielsweise und so habt ihr dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist die 1, es ist die 2, es ist die 11, es ist die 21, es ist die 210. Ja, also da, wie gesagt, habt ihr wirklich die Möglichkeiten, alles Relevante euch anzupinnen und zu markieren. Ja, jetzt seid ihr gefragt, kennt ihr die Pinnstockkarte, nutzt ihr die Pinnstockkarte? Wie zufrieden seid ihr damit? Wie findet ihr das System? Was nutzt ihr als Alternative? Würdet ihr euch die Pinnstockkarte holen wollen? Wenn ja, dann schaut natürlich gerne mal auf einem der Social Media Kanäle vorbei, sofern ihr jetzt nicht gerade hier das bei Instagram oder Facebook seht, denn ein kleiner Teaser, vorbeischauen könnte sich da vielleicht lohnen. Ansonsten verrate mir mal und allen anderen aus der Community, wie ihr das handelt. Nutzt ihr eine klassische, ja, Stockkarte? Habt ihr einen Bienenalmer nach? Filmt ihr euch beim Imkern oder macht ihr euch Sprachmemos? Und ich bitte darum, niemanden irgendwie hier, ja, da auszulachen, weil er irgendwie was nutzt oder sowas, sondern bitte bleibt höflich, konstruktiv, tauscht euch da aus, denn auch das ist das, was ich immer sage, nur so können wir auch Anregungen von anderen bekommen. Wie gesagt, nutzt ihr einen Stein oder mehrere Steine, nutzt ihr Folienschreiber mit Stockkarten, die einlaminiert sind oder malt ihr vielleicht mit Kreide irgendwas in den Beutendeckel rein. Also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Varianten, die ich schon über die Jahre kennengelernt habe. Genau, also lasst uns da uns austauschen und inspirieren. Das Video, sofern ihr das interessant fandet, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das Video, sofern wir uns im nächsten Video.